Ja, hey beide Nosyrosy, ich bin Mia und es ist Sonntag. Ja, wir haben diese Woche Tim frei und ich habe mich dafür entschieden, euch zwei Bands vorzustellen, die wahrscheinlich nicht so viele kennen, weil sie nicht so bekannt sind. Ähm, ja, das erste wäre The Glamour Street aus München und Salzburg. Ähm, die machen eine Mischung aus New Wave, Indie und Postmark, ähm, mit englischen Texten von einer Sängerin. Ähm, ja, die Texte kommen einfach, also aus dem Alltag, aus dem Herzen raus. Und ich finde Medina, die Sängerin, bringt es einfach echt gut rüber. Und also, macht einfach Spaß und ja, ich mag die Band, also, top. Genau, und die zweite Band wäre Kill Her First. Ähm, also, die machen so Female, Emo-Core, Inferno, also wer es, wer lieber so die härtere Richtung mag, Richtung eben Core und Scream, ich glaube für den ist die Band eher was. Ähm, ja, drei Mädels und ein Drummer, also, ich muss sagen, ja, es rockt einfach, also, es geht auf jeden Fall ab und hört es euch einfach mal an. Ich werde euch unten in die Kommentarbox, ähm, Links setzen von beiden Bands und, ja, hört es euch an und sagt mir, was ihr davon haltet. Würde mich echt mal interessieren. Ähm, genau, ähm, wie ihr ja wisst, war ich bei der Hanna in Freiburg und wir haben euch ja so eine kleine Rate, Schätzfrage gestellt. Und zwar, wie viele Stufen es bis hoch sind, ja, wie ihr vielleicht wisst, an die Hanna gerade viel zu tun und ich war jetzt auch zwei Wochen geschäftlich unterwegs und konnte leider kein Video online stellen, so dass es leider auch jetzt erst zu einer Gewinnerin kommt. Ähm, ich hab, ähm, ja, und, Achtung, Trommelwirbel! Ich hab's gefunden! Und zwar, unser Preis geht raus an 89 Happy 1. Herzlichen Glückwunsch! Ja, das war's eigentlich auch schon von meiner Seite für diese Woche. Äh, ich hoffe, ihr hattet eine tolle Woche. Ich hoffe, ihr hattet, ihr habt eine tolle, nee, ich hoffe, also, ihr habt eine tolle Woche. Morgen in guten Start. Genau, oh Mann, ich bin, ah, ich weiß echt nicht mehr, worum und unten ist. So viel Arbeit. Ja, ähm, genießt das Wetter, immer schön eincremen. Geht ins Freibad, an den See, auf die Wiese auf jeden Fall, raus und genießt es einfach. Gut, bis nächste Woche. Timia, ciao! 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 ! ! Ciao! !